Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Lego Harry Potter. Wir haben einen Troll besiegt, einen bösen Troll und haben den Zaubertrank, einen Zaubertrank gelernt, der uns stark macht. Und der Unterricht ist vorbei, also verziehen wir uns mal. So, wie weit war ich denn nochmal? Wir sind zu einem Ort gegangen. Ui, und der ist hier. Sind wir da schon irgendwo hängen? Ach, wir müssen mal hoch. Kannst du auch reden? Nein, das kannste nicht. Ah, jetzt geht es nach draußen. Und dazu brauchen wir dieses schönes Fleisch, um es hier rein zu machen. Damit der Löwe gesetzt wurde und ein Geheimgang, der total offensichtlich da ist, aktiviert wird. Ist doch hoffentlich richtig, ja. Ah, danke. Schöne Scheißpflanzen. Ah, wir sind draußen. Ah, ich mag es. Oh Gott, das ist so schön. Slytherin, fickt euch. ich habe das licht in mir aber diese komischen lady ich weiß den ganzen namen nicht mehr ich weiß keinen einzigen namen mehr außer die hauptrollen ja ich bin die grüne die grünhaarige die irgendwie was gemacht sie mag ich deswegen ist sie sich auch nicht beißen lassen ich gerade das ist nur ein beispiel schutzbrille wow 3d so jetzt haben wir unkraut und oh mein stock mein stock ist weg ach 3d eine fleischwasserpflanze will ron essen oha nur weil er rothaar hat habe ich immer habe ich immer dagegen gesprochen mit roten haaren und so sagt immer nein es ist orange ja weil es ist ja eigentlich orange aber eigentlich ist rot gemeint und ja jetzt müssen wir die nein wir müssen jetzt die pflanzen nein die pflanzen und es ist wieder sehr laut ich mache es mal leise auf zwei genau musik soll ja anbleiben aber es ist immer noch gar nicht gut ich habe das licht in mir halt nötige pünzer gedrückt um das verschwindet ach gut die lehrerin macht gar nichts auch nicht xxxxx so ja ja ok eine schaufel Ein Zauber, Schatz. Sie hätten jetzt so viel gebracht. Ah. Ähm. Okay. Irgendwas. Irgendwas zu zaubern? Ja, Geld. Toll, ich will kein Geld. Was denn jetzt? Hm. Wir müssen hier wahrscheinlich noch irgendwas abschießen. Das Licht aus... Oh, nee. Das muss auch nichts Wichtiges. Hörn Sie mal in die Fresse halten, das regt mich voll auf. Äh, okay. Ähm. Ich schieße gerade alles ab. Hm. Da liegt ein Müll rum. Und damit können wir nichts zaubern? Au. Okay. Was ist das? Nein, ich bin ein starker Harry Potter. Und ich habe gesagt, ja, ich muss auf Objekten zählen. Also muss ich irgendwo hinziehen. Auf die, genau. Ich weiß noch, dass man mit irgendwas da rannen muss. Nein. Ist das Neville? Ach, müsste mal sein. Ähm. Hey, ich gehe da auch nicht weiter. Und hier ist doch so eine Schiene. Kann ich jetzt die Fresse halten. Ach, jetzt geht's, gell? Ach, ihr könnt mich mal in einem Arsch lecken. Jetzt geht's, oder was? So. Jetzt haben wir was Kompliziertes erschaffen. Und abhinein. Aufsprengen. Wuuu. Iron. Wie geht's? Wie steht's? Befreit. Ich habe ein Lumosolem freigeschaltet. Wui. Ich habe eine Schaufel mit einer Pfote drauf. Nee. Grüne Steine. Set. Von 200. Yay. Sorry. Ah, ich war blind. Ähm. Äh. Äh. Was? Ich habe sie getötet. Yay. Alter. Was ist denn das? Ah, egal. Ey, Geisterabgüten. Ach, egal. Das werde ich nur von Finden. Äh. Ah. Yay. Fliegen. Eine Kumpel. Äh. Ja. Aha. Neville sieht einfach cool aus. Oh. Oh. ja das ist das tolle hier harry potter kann ja super fliegen aber sie aber herr mieter und john können es nicht das ist so toll und diese häuschen kann man nur mit dem hund öffnen aber wir können und ron du könntest auf dem besen steigen und mit aber es ist ja ich bin gerade runtergesprungen nein 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 harry potter ihr genau sollst aufsteigen danke ich liebe das fliegen das war fall packen so schießt man genau stopp! stopp! Okay, ne Harry kann gut aufm Besen fliegen. Ich frage mich, ob Ron später auch mal richtig gut fliegen hat. Der ist ja auch bei Quidditch irgendwann. Im sechsten Teil war es, glaube ich. Stirb, Pflanze! Mutter Natur, hast euch! Oh, man! Yay! Ich kann es! Kann es! Kann es! Yeah! Ich glaube, ich kann es! Yeah! Ich kann es! Alter, wie die mal mit den Zauberchen gucken. Ich habe einen Stock und ich kann es damit umbringen. Ja, das kannst du. Und wir haben sieben goldene Ständer. Ach man, es macht voll Bock zu spielen. Ich würde das wirklich nur das spielen jeden Tag. Weil es einfach Bock macht. Die Geschichte. Man kennt ja die Star Wars. Äh, Star Wars. Harry Potter kennt man ja halt aus dem Film. Und es macht doch auch viel mehr Spaß, es dann zu spielen. Weil diese richtigen Anspielungen immer... Zum Beispiel gibt es so dumme Anspielungen auf dem Film. Muss ja geben, es ist ja Harry Potter schließlich. Und... Und... Ah! Aha! 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 Gut! Aha! Achso! Ihr seid froh, dass ich euren Weg wegweite habe. Ja, und deswegen hauen wir jetzt auf. Okay, was jetzt? Ach ja, wir müssen jetzt... Aha! Jetzt müssen wir zaubern. Und dann... Ja, wir müssen unseren Zauberträck machen, damit wir was machen. Genau, wir müssen es jetzt hier erst mal zusammenbauen. Jetzt müssen wir jetzt... Äh, einen Zaubertrag. Ähm. Okay. Ah, hier ist es. Hier ist das Erste, was wir brauchen. Komm rein. Danke. Ich brauche nicht immer Geld. Geld ist manchmal einfach nur unnötig. Ah, Knöpfe. Jetzt haben wir nur noch einen Zahn. Was war das nochmal? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plastenschimmer. Nee, da kommt eine Blume raus. Da hinten, ich sehe es schon. Ein Häschen. Ein Scheißhaufen Häschen. Ach ja, fröhliche Ostern, habe ich vergessen, mal zu sagen. Egal. Jetzt müssen wir das trinken. Damit sind wir unstärk... Okay, super stark. Nicht unstärklich. Super stark. Oh ja. Muskel. Und damit können wir das jetzt aufziehen. Und dann haben wir... Hermine, ich würde weggehen. Hast du es super gemacht. Du standest super im Weg. Ja. Es war super. Einfach wow. Niemand konnte so dumm sein wie du. Das... Warte ich so ein. Yay! Fliegen! Adios, ihr Arschwecher! Ich fliege weg! Ich fliege weg! Oho! Wow! Man kann gar nicht sterben. Ja, in Hogwarts kann man nicht sterben. Mit dem Besen einfliegen ist immer am besten. Ach, diese kleinen Sachen, die man hier... Das Heckmutzhaus! Diese kleinen Sachen, die man hier machen kann... Muss man nicht machen. Kann man. Aber da macht man eigentlich nicht so viel. Irgendwann mache ich das mal, wenn ich Bock drauf habe. Aber ich will jetzt die Story spielen. Weil die Story Spaß macht. Ich werde nicht auf 100% spielen. Das habe ich schon mal gesagt. Und ich will es nur nochmal sagen. Aber... Nee, nee, nee. Das kann man jederzeit machen. Ja, danke. 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 Ja, danke. Danke. Ja, ich bin super. Ja, ich bin super. Ja, los. Lass uns reingehen. Ach, ihr wollt angenommen. Schön. Hey. Wir haben das Casting gestanden. Yeah. Ihr habt Noobs. Oh, das wäre der große Noobs. Der war von Space, oder? Nein. Ach, egal. Das ist ein Besonder. Hey, du großartig. Hi. Ach, das sind Süßigkeiten. Ähm, Harry. Guck mal, was ich kann. Oh, ja. Oh, yeah. Ich bin super. Geil. Hast du das Spiel vergessen? Ja, hast du. Ich weiß, wie das aussieht. Süß. Beide reden, ey. Hallo, beide reden. Wen willst du jetzt bitte töten, Hermine? Bitte. Sag es mir. Severus oder dieser komische Typ, der, was mir den Troll erzählt hat, der verdächtig ist. Äh, warte, da ist Harry. Ist das Harry? Woher haben die auf einmal ein Bild von dir? Ach, egal. Ach so, das ist nur so klein, das Trollen. Ähm, aua. Ah! Ja, ein Besen. Den hab ich gar nicht gesehen. Und so ist es, wenn man... Das ist so scheiße. So ist es, wenn man fliegt. Harry? Ja, tanzt ein bisschen mehr. Das ist so. Wir sollten ein bisschen üben. Ach, komm.